herzlich willkommen hier bei meinungsheld heute haben wir endlich mal wieder das thema beamer das ist doch sehr beliebt ist weil es immer mehr mini beamer gibt die für den häuslichen gebrauch geeignet sind sich einfach transportieren lassen gerade auch für business meetings dann beispielsweise um das ganze ein bisschen besser illustrieren zu können zu einem wirklich erschwinglichen preis ein solches modell stammt von dem hersteller wick teising wir möchten einmal über den wifi beamer sprechen was hat er so zu bieten und wo kann man das ganze günstig herbekommen wenn ihr euch einen solchen artikel zulegen möchtet wir haben wie immer einen preisvergleich für euch durchgeführt und das beste angebot unter diesem video unten in der video beschreibung verlinkt auf jeden fall reinschauen das lohnt sich hier könnt ihr möglicherweise noch den einen oder anderen euro sparen zusätzlich haben wir da noch die wichtigsten informationen zusammenfassend für euch hinein gepackt es handelt sich also hierbei um einen mini beamer mit full hd kommt der daher 4500 lumen das spricht noch mal für die bildkraft die dieser beamer hier überhaupt hat es handelt sich um ein led projektor der mit 1080p arbeitet hd 170 und das ganze wirkt auch sehr solide wenn wir nochmal diverse erfahrungen und testberichte auswerten so kann man sagen dass die kunden meinung hier sehr positiv ausfallen wir haben schickes design in weiß gehalten auf der oberseite haben wir dann alle wichtigen knöpfe um diesen beamer zu bedienen und natürlich usb anschlüsse an der seite zwei usb anschlüsse hdmi anschluss und auch einschluss für sd karte für kopfhörer und av natürlich also sehr gut ausgestattet gerade für business meetings hier sehr gut aber natürlich im wifi netzwerk auch einschleusbar das ganze um dann auf den beamer zugreifen zu können so kann sich das gerät eben nicht nur mit dem smartphone sondern auch mit pc tablet und laptop sehr gut bedienen lassen und auch am usb flash laufwerk lässt sich das ganze koppeln mit dem integrierten bluetooth chip des viktizing projektors kann man also sehr viel machen ein heim audio system beispielsweise anschließen um dann wirklich einen guten surround sound zu erzielen und wirklich ein schönes kino erlebnis zu haben aber auch um eben wie bereits angedeutet hier business meetings tätigen zu können präsentationen zu halten dafür ist das gerät auch sehr gut geeignet so dass die preis leistung sich auf jeden fall sehen lassen kann wenn man allerdings sehr hohe ansprüche an die bildqualität hat also muss man durchaus ein bisschen mehr investieren aber wir haben eine lampen lebensdauer von 40.000 stunden 800 x 480 pixel video auflösung also auch eine sehr solide video auflösung hier und zu diesem preis hat man da wirklich ein modell an der hand das wirklich eine sehr manierliches bild liefert verschiedenste anschlussmöglichkeiten hat ein reinigungstuch und eine mini bürste ist auch nochmal dabei so dass man hier regelmäßig reinigen sollte man hat hier leider keinen akku das ist ein kleiner nachteil das heißt einfach strom aus der dose beziehen aber dennoch aufgrund der kompakten maße lässt sich dieser beamer doch sehr gut transportieren und auch in der hohen wohnung unsichtbar unterbringen wenn man das möchte die maße belaufen sich auf 11,99 x 30 x 22 cm das gerät ist auch relativ leicht nicht einmal zwei kilogramm und sieht wie erwähnt auch noch mal relativ schick aus insgesamt lässt sich also sagen empfehlungen kann man hier durchaus aussprechen gerade aufgrund der positiven kundenerfahrung die es da auch noch mal gibt der eine oder andere nachteil ist eben dass hier die darstellung des bildes natürlich nicht vergleichbar ist mit einem großen beamer also ein bisschen dunkler und natürlich auch nicht so klar wie mit einem großen beamer aber wenn man eben geringes budget hat ab und zu eine präsentation halten will man ab und zu einen film schauen dann ist dieser beamer auf jeden fall geeignet schaut unterhalb des videos für die wichtigsten infos noch mal rein und der link zum aktuellen angebot dass wir für euch gefunden haben